Es ist an der Zeit, das Daily-Make-up aufzupeppen. Denn ein legendärer Beauty-Trend der 90er-Jahre feiert im Jahr 2024 sein spektakuläres Comeback. Packt eure Nirvana-CDs aus, holt eure Tattoo-Ketten hervor und taucht in die Zeit der Grunge-Ära ein, in der Smoky Eyes nicht nur ein Look, sondern ein Lebensgefühl waren. Aber wie schminkt man Smoky Eyes? Schritt 1, die richtige Basis. Beginne mit einem hellen Lidschatten auf dem beweglichen Lied, damit der dunkle Lidschatten den ganzen Tag hält. Das verhindert außerdem, dass die Mascara verschmiert. Schritt 2, Kohlekajal. Ziehe mit einem dunklen Kajal eine Linie entlang des oberen Wimpernkranzes. Je dramatischer, desto besser. Es muss nicht super sauber gearbeitet werden, denn wir verblenden anschließend alles mit einem weichen Pinsel. Schritt 3, die Schattierung. Wähle zwei bis drei Lidschatten in verschiedenen Nuancen. Von einem dunklen Kohlegrau bis zu einem schimmernden Silber. Trage die dunkelste Farbe am äußeren Augenwinkel auf und arbeite dich nach innen vor. Verblende die Farben mit einem fluffigen Pinsel, sodass keine Kanten mehr sichtbar sind. Anschließend nutze den Pinsel, um auch am unteren Wimpernkranz eine leichte Schattierung zu schminken. Wenn du große Augen hast, kannst du den dunklen Kajal auf der unteren Wasserlinie auch noch auftragen. Schritt 4, viel Mascara. Last but not least der krönende Abschluss. Tusche deine Wimpern kräftig in einem tiefen Schwarz.